»Herr der Diebe« von Cornelia Funke ist eine faszinierende Geschichte über Mut, Freundschaft und Abenteuer, die in der zauberhaften Kulisse Venedigs spielt. Der Roman erzählt die Geschichte zweier Waisenbrüder, Prosper und Bo, die sich in der Lagunenstadt verstecken und sich einer Gruppe von Straßenkindern anschließen, die von einem geheimnisvollen Anführer namens »Herr der Diebe« geleitet wird. Die Handlung entfaltet sich in einem fesselnden Mix aus Spannung, Magie und Emotionen, der Leser jeden Alters begeistert. Die Geschichte beginnt mit Prosper und Bo, die auf der Flucht vor ihrer grausamen Tante Esther und ihrem tyrannischen Onkel Max sind. Sie fliehen nach Venedig, um sich dort zu verstecken und ein neues Leben zu beginnen. Doch das Leben auf der Straße ist hart und die beiden Brüder kämpfen ums Überleben. Als sie auf die Gruppe von Straßenkindern stoßen, die von dem charismatischen »Herr der Diebe« geführt wird, sehen sie eine Möglichkeit, sich zu verstecken und Schutz zu finden. Herr der Diebe ist ein geheimnisvoller und legendärer Figur, von der die Kinder fasziniert sind. Er ist ein Meisterdieb mit einem mysteriösen Hintergrund und einem versteckten Gesicht. Die anderen Kinder sehen in ihm einen Anführer und Beschützer, der sie vor den Gefahren der Straße bewahrt und ihnen ein Zuhause bietet. Die Geschichte nimmt Fahrt auf, als Prosper und Bo sich der Bande anschließen und in die aufregende Welt der Diebstähle und Abenteuer eintauchen. Sie erleben wilde Verfolgungsjagden durch die engen Gassen Venedigs, entkommen knapp den Händen der Gesetzeshüter und entdecken geheime Verstecke und Verliese. Doch das Leben auf der Straße birgt auch Gefahren und Herausforderungen. Die Bande gerät in Konflikt mit anderen Straßengangs und muss sich gegen Feinde verteidigen. Prosper und Bo müssen lernen, sich in einer Welt zurechtzufinden, die von Armut, Gewalt und Verrat geprägt ist. Ein zentraler Wendepunkt der Geschichte ist die Begegnung mit Scipio, einem geheimnisvollen Jungen, der behauptet, der Herr der Diebe zu sein. Scipio ist ein rätselhafter und charismatischer Charakter, der die Kinder mit seinen Fähigkeiten und seinem Auftreten beeindruckt. Er führt ein Doppelleben als Dieb und Aristokrat und hat eine geheime Verbindung zu einem reichen venezianischen Kaufmann. Die Geschichte nimmt eine unerwartete Wendung, als Prosper und Bo Scipio besser kennenlernen und sein Geheimnis entdecken. Sie werden in eine Reihe von gefährlichen Abenteuern verwickelt, die sie an die Grenzen ihrer Kräfte und ihres Mutes bringen. Doch trotz aller Gefahren halten sie fest zusammen und unterstützen sich gegenseitig in jeder Situation. Die Handlung erreicht ihren Höhepunkt in einem packenden Showdown, in dem die Kinder sich gegen ihre Feinde stellen und für das Kämpfen, was ihnen wichtig ist. Sie zeigen Mut, Entschlossenheit und Opferbereitschaft und beweisen, dass sie mehr sind als nur einfache Straßenkinder. Cornelia Funke gelingt es meisterhaft, eine fesselnde Welt zu erschaffen, die die Leser in ihren Bann zieht. Mit ihrer lebendigen Beschreibung von Venedig, ihren einfühlsamen Charakteren und ihrer packenden Handlung entführt sie die Leser auf eine spannende Reise voller Abenteuer und Emotionen. Mit ihrer beweisen,